Nein, Bruder, du willst es jetzt sehen. Wenn es um die Wurst geht, versagst du. Und mit diesen wunderschönen Worten einen wunderschönen guten Tag bei GTA mit allen Vieren wieder hier. Wir sind wieder bei Drug Wars und Druggen die Wars. Richtig, wir druggen die Wars. Da ist Sia, hallo Sia. Hallo. Da ist Paco, der Beifahrer. Hallo Paco. Ich bin der Fahrer, hallo. Da ist Manni, der Beifahrer. Hallo Manni. Hallo. Mal gucken, wie lange wir Manni heute dabei haben. Nein, nein. Paco, ich werde das vermutlich wieder alleine machen. Da sind wir eingespielt. Ich habe dich eingespielt. Ja, wir sind eingespielt. Bei jeder Runde GTA. Das sind uns verstands. In der Wehrer. In der Wehrer Bodycreme. In der Wehrer. die habe ich angefangen wir haben gesagt du siehst du das aus als juli löf das ist aber genauso an deinen Nüsten wie juli löf ja die braucht jetzt endlich mal einen ohne plenobieb richtig ich hab gesagt ich hab da guten Friseur an der Hand Da klingelte es bei Manfred. Ja Mann, ich schneide mir die Haare jetzt, dieses Graus. Und nicht nur obenrum. So, jetzt müssen wir erstmal hier nach Stab City die Sache klauen. Werte? Erstmal was tun. Für unser Geld. Zia, konzentriere dich. Ach nee, wir müssen jetzt erstmal wieder zerstören hier. Manni, Internetleitung. Ich versuche die Leitung hochzuhalten. Manni sitzt da in so einem Handkarat. Er muss Parade fahren und gleichzeitig spielen. Hey, haben wir das jetzt schon gemacht? Ja, aber wir müssen die Mission doch abbrechen. Wir müssen jetzt geschießen und die Sachen so schnell, lass uns die schnell kaputt machen. Warum müssen wir die Mission abbrechen? Ja, und das gehört zum Teil dieser Mission, die wir abbrechen mussten, weil wir uns Panzerungen zu kaufen mussten und so. Und wenn du da einmal rausgehst, dann musst du da raus. Und dann musst du das von ganz Neusten gehen, halt, ne? Nicht dein Ernst. Ja. Mein voller Ernst. Aber das ging ja hier. Da hast du mit Lucy, er ist hier gestorben. Wir müssen halt schneller vorwärts. Weiter vorwärts. Was hast du wieder? Wir haben zwar ein Leben, aber das heißt nicht, dass wir jetzt hier... Ne, 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 ne. Auf gar keinen Fall ist das. Paco, geh mal da weg. Moment. Hälfte Hammer. Schieß auf das Fass, genau. Oh, fuck. Hab ihn. Hab noch einen. Ist der kaputt, der da steht, oder ist das ein Auto? Ne, das war einer irgendwo. Trümlich wie Arnie. Oh, der steht neben mir. Hilfe. Ich muss es noch passen. Von hinten kommt noch was reingefahren. Arnie, komm mal zurück. Ich muss snacken. Ich muss snacken. Ja, mach, mach. Hey, der ist von hinten neben mir. Aber hat das Fass verpackt? Schließend tot. Wir haben es geschafft. Wir müssen zum Auto. Wir müssen zum Auto. Komm zum Auto. Versuche ich ein bisschen Rücken zu geben. Färm Auto. Wow. Das hier ist die ganze Zeit einfach im Auto geblieben. Was? Nein. Färm Auto. War es die Nase zugehalten? Das ist doch nicht unser Auto, doch. Das war es da. Das ist unser Auto. Ich muss ja immer fahren. Die drücken nicht reich, bevor ich im Auto sitze und fahre. Ja, das ist ein super fahrer. Da sind wir, aber geht der heißt ja mehr so, man ballert einfach bis die Gegend und manche nehmt mich auch noch im Jump'n'Biff. Wo kommen die denn her? Waren die Erkanoten in den Gebüsch? Was ist denn da gerade rumfliegt sein Auto? Schrecklebens Stopp! Achtung! Repeat! Wir spielen zurück! Da sind wir wieder, weil da geht's Boah, Alter! Oh, 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 oh! Ja, das war taktisch, irgendwie vom Moppe zu haben Die Gesamtsstrecken, da ist auch immer überall so ein kleiner Style Geh mal weg Boah Ich bin schon da Ich bin schon da Ich bin schon da Die Erkanen auch alte Genau Weißt du, nicht fahren wollen und dann mickern, ne? Das sind mir die Beste. Ich bin hier im Treffen. Okay, hier schon aussteigen, 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 aussteigen. Ach, jetzt ist genau, hier ist das Nächstes. Wer ist von den von hinten? Von Henry? Die werden uns verfolgt haben, die beiden Yuppies. Die beiden Yuppies? Juppie aje, Scheudebrücke. Juppie aje, Scheudebrücke. Ich muss einer, Panzerung muss ich übernehmen jetzt. Hab keine Panzerung mehr. Ja, das ist also schrecklich. Wir wissen jetzt noch ungefähr, wo die waren, ne? Mhm. Einer hab ich. Man, jetzt wird's gemerkt. Also den einen, den ich hatte. Und da unten am Steg war was, ne? Ja, ja, am Steg, genau. Müssen wir uns da mal runterkämpfen. Oh, fuck, wo ist der? Ich seh ihn nicht, fuck. Das ist ja Auto-Aim. Wenn du ihn nicht siehst, dann geh einfach nur in die Richtung und drück zwei, dreimal Dreieck, bis er automatisch anvisiert. Äh, L zweimal. Ah, hab ich ja angeschossen. Oh, oh, ich bin gleich tot. Ich muss einmal zurück mich aufladen. Ja, halt dich einfach ein bisschen defensiver. Du hast halt weniger Leben. Warte, hier geht's nicht rein? Du musst doch reingehen nirgendwo. Tap 1, 3. So, dass wir unten am Steg leben. Warte, hier kann man richtig rein in ein Haus. Ja, ja. Open up a bag, fire up a pipe, and chill down by the water, while we're here on business. Laprat has some crazy ass ideas for this meth. He's going to refine it, transform it, combine it with some ... Drei, du brauchst. The end result, this is top secret. For hell ... Drei, du kommst hier. Den Schilfumli, nein! Laprat's got some big plans. Da noch so gericht? Du wirst hier ein blatt. sie hat performt wie immer fuck you, alter ja, was machst du denn immer da? ach, jetzt müssen wir da in das Ding reingehen können sind alle weg oh Manni war schon drin, hast du schon geholt? ja, ja, ich hab die schon geholt ach, da gehen uns zwei hier ich wollte grad reingehen, auf einmal kommt Manni raus jeder da ja, wo waren die? hier unten war ich schon hier hinten rum bin ich ja auch einmal gelaufen ja, ich war leider schon zu der Zeit, ich weiß nicht hier, ich hab einen hin hin Manni einfach drüber laufen scheiße, ist grad einer vor mir gelaufen nein, nein, das war ich hinter dir der hat dich von hinten erschossen ich war vor dir hier, mach mal was ja, holt mal und dann können wir gucken wer die Ding hat ich mit der wenigsten Rüstung oder wie hier mit der meisten Rüstung wie hier mit der meisten Rüstung wie hier mit der meisten Rüstung einen noch, ne? es wird gleich sowieso nicht angezeigt wenn wir die Mission schaffen werden wie viel Case gemacht hat nein, das steht ja immer nur wenn wir es nicht geschafft haben schade ja, wo ist denn hier noch was? einer fehlt Hattest du da wo ich down gegangen bin das Paket genommen? das hab ich beholt hier, hier, hier rechts nehmen wir rechts nehmen wir noch hier, hier wird mal angezeigt irgendwo woa hischhischhischhischhischh hier, wir haben's Ich bin fast tot Ich sehe gerade Manni kills 4 Köbi 17 Ich 13 Und Paco 35 Knapp Ab ins Auto Wir müssen den Dodo stehen Paco Mani hat genauso viele Kills, wie er Punkte bei Rocket League hat. Mani ist da wenigstens aber konstant. Ey, Sia stirbt und stirbt und stirbt und dann hatet er uns. Was war's denn, Alter? Ich hab die wenigsten Panzerungen und fast so viele Kills wie Köbi, Alter. Komm. Wir haben dir gesagt, du sollst dich zurückhalten. Ja, was ist das für Zurückhaltung? Mach doch lieber weniger Kills und spiel mit uns fertig hier. Warum springt ihr ins Wasser? Ja, will doch. Ich sag, wenn man kann einfach auf einsteigen, dann steigen wir automatisch steigen. Können hier nur zwei rein oder kannst du noch einsteigen, Manni? Der kann doch an der Seite sich hinsetzen drauf. Ja, klar drauf. Ja, klar. Okay? Okay? Okay. Okay. Manni, es wird gleich windig. Erstmal wird's nass und dann wird's windig. Du erkältest dich da, Manfred. Ja. Oh. Oh, jetzt. Ah, wie geil. Ähm. Gott. Manni, du musst doch die Helikopter schießen. Achso. Und mit einer auch. in der Wie kann ich das so machen? Alter, ja. Und es wird ein bisschen windig da rausgekommen. Jaja. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich bin unterwaffnet. Er macht so einen Lund an. Er kann nicht schießen. Oh. Das ist gut. Man muss immer mit diesen Flugzeugen seine Ware wegbringen. Das habe ich schon hunderttausend Mal gemacht. Da war ich boing. Da muss man sogar immer mit der Maschine tief fliegen, weil ansonsten die Cops hinterher sind. Also mit der Maschine bin ich an so viele Kilometer geflogen. Dann landen wir in meinem Entwässerungskanal. Kein Problem. Ich springe gleich einfach raus und bin nicht weiter. Was soll ich springen raus? Ich weiß gar nicht, ob ich falsch mache. Moment, wir fliegen noch mal neu an, oder? Nee, ich lande. Jawohl. Stark. Nee, nicht aufschlagen. Doch, klar. Ja, ich dachte, weil das ganze Zeichen ein bisschen hinten war. Aber man nicht an der Musik drauf muss. Sehr gut. Boah, Gabri die Moneda. 29.000, ey. Reicht für die nächste Munitionsladung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Vielleicht wird sie ja beim nächsten Mal dann auch mal alles miterleben. Und nicht nur als Zuschauer. Das ist jetzt das Ziel, ne? Das ist das Ziel. Wir ziehen dich durch, sieher. Wir ziehen dich da durch. Ja, genau. Wir sind ein Team. Es gibt kein Ich im Team. Aber es gibt ein... Manfred mit vier Kills. Win. Manfred, der zieht dich runter. Merkst du das? Der zieht dich runter. Ich hab den Endscreen gesehen. Ich will euch auch gar nicht damit weiter belasten hier. Das wird jetzt gleich noch lange so weitergehen. Und lasst es euch nicht. Meistens endet es in der Schlägerei. Bis zur nächsten Runde. GTA. Drack war's. Hier gibt's kein GTA.